Wir setzen dieses Recht so um, dass wir unsere kritischen Infrastrukturen sicherer als bisher schützen können. Und dazu gehört, dass der Erwerb von Unternehmen auch während einer Investitionsprüfung in Zukunft nicht mehr einfach möglich ist. Und es geht darum, dass wir unser sehr liberales Außenwirtschaftsrecht, das Übernahmen von Unternehmen auch durch ausländische Investoren in großzügiger Weise zulässt, nachschärfen im Hinblick auf die wesentlichen deutschen Sicherheitsinteressen. Dazu gehört für mich auch die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, zum Beispiel auch mit Impfstoffen, kritische Infrastrukturen. Deshalb werden wir sehr zeitnah in der Bundesregierung auch darüber entscheiden, wie wir die Produktion von medizinischen Ausrüstungen stärker wieder nach Europa und nach Deutschland holen können.